Hallo und Hensi kommt zur nächsten Folge von AdventureCraft! Timer starten! Blockplaced successfully executed! Oh hier ist ein kleiner Hase! Tom, ernten die jetzt mittlerweile die Weizen ab? Weil hier ist gar kein Weizen abgeerntet. Ja, weil der Chunk wahrscheinlich nicht geladen war. Aber ich glaube, es wird Nacht. Die haben sich auf einmal alle in ihr Haus verzogen. Tim, irgendwie dachte ich gerade sollst jetzt Zombies töten, aber du hast ja gerade einen Dorn. Oh, ich bin Level 25. Wir sind mal nicht wiederquellenportal. Ja, das ist bei so einem fetten Holzweg. Ich schaue nur kurz über die Grenze, Tom, ob im Dschungel vielleicht nicht ein Dschungeltempel ist. Das wäre doch mal was Spannendes. Simon, ich tausche Melonsamen gegen eine Feder. Hier ist ein Hase. Eine Feder? Eine Feder, damit ich mir Sachen aufschreiben kann. So, ich habe jetzt Karotten und Kartoffeln. Das ist doch was Schönes. Wir haben keine Feder, soweit ich weiß. Ach, Mann. Ich könnte für dich aber eine suchen gehen. Ich könnte aber auch nicht verlaufen. Ja, ich suche auch gerade schon eine. Ah, da ist ein Creeper. Ich gehe dann mal wieder in Richtung Zugriff nach Hause. Ja, komm mal wieder. Tom? Ja. Möchtest du die Koordinate wissen? Vom Dorf? Oh ja, wir haben ja richtig viele Kürbisse hier. Nö. Ja, Junge. Wer? Wir. Zu ihr. Warum hat Jan das Game verlassen? Jan? Oh. Nö. Schön. Oh, hier ist ein Creeper. Hier Tom, lass die Koordinaten. Schreib dir mal wieder. Ich kann doch nicht. Mir fehlt eine Feder. Hier sind nur diese scheiß Hasen. Verpisst euch. Äh, stirb Hase. Mann, was haben die denn für eine Drop Chunks von ihrer komischen Pfote da? Äh, 1 zu 4000 oder sowas. Oh ja Tom, die sind echt richtig geil auf meine Karotten, die Hasen. Und die sind auch voll schnell. Wollen die dir? Ja. Die folgen mir richtig schnell. Was? Ey. Ihr sollt euch aber jetzt hier nicht selbst umbringen. Selbst umbringen. Selbst umbringen. Selbst umbringen. So gut, das ist Adjektiv, Tim. Ja. Ich weiß. Tim found her. Alter, die sind so schnell, die Hasen. Die werden einfach richtig schnell nachher hoppeln. Speedboot? Ja. Ist ja so cool, wenn man jetzt auf den reiten könnte, ne? Boah. Aber dem Bug gibt's immer noch, ne, dass die dir am Anfang nicht folgen. Ey, Mann. Ich will doch nicht die ganzen Hasen töten. Ich will nur eine Pfote haben. Ich will Jampus. Jampus ist geil. Hallo, Häschen. Dann könntest du dir drei Jampus machen, Tom. Ich weiß. Aber ich töte dir. Ich töte dir jetzt lieber nicht. Ich warte lieber auf Tim. Tim, kannst du dich vermehren? Probier mal ein Herzchen zu geben. Ja, klar. Wir folgen gar nicht zwei Grüper. Ja, die glitzern so. Ja. Hä? Ist das das Texture Pack? Und deine Hasen kannst du wieder anfüttern. Tim? Ja. Hast du dein Texture Pack drin? Nein, 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 nein. Hast du deinen Facts? Ja, hab ich. Ja, hallo. Ah, Jan, was war denn mit dir los? Internet. Ich hab's doch gesagt. Alter, dieser Regen. Der nervt schon so ein bisschen, ne? Warum sind eigentlich alle Hasen klein? Jetzt mal ehrlich. Ja, vor allem, warum spawnen kleine und warum spawnen keine kleinen Schweine? Ja. Kleine Webig-Schweine. Alter, schau mal wie das aussieht, ne? Sagen wir mal bitte Kollegen von zuhause an. Ich glaube, ich muss richtig. Äh. Ich glaube, meine Hasen dürfen noch ein bisschen weiter hüppeln. Ach so, aber hier gibt's auch welche. Okay. Naja. Wenn die so schnell sind, nimm lieber welche mit. Äh. Alter. Jetzt haben sie sich schon hier selbst verletzt. Sie ist noch so schlimm. Ich... Lol. Hast du schon einen Braustand gemacht? Nein, noch nicht. Ich versuch grad... Äh... Okay, dann hab ich jetzt einen gemacht, ne? Äh, Tim? Ja? Ich hab grad ein Dorf gefunden. Cool. Nein! Dann sind wir ja schon zwei. Hey, und hier warst du nicht! Toll! Ich war ja auch weit weg. Mann, die Hasen sind so dumm, ey! Jetzt kommt... Jetzt tritt wieder Fall ein, man sucht den Scheiß nicht und dann kommt der dir in die Füße geflogen. Was? Müßige. Und dann ein Dorf! Tim hat grad ein Dorf gefunden und jetzt hab ich auch noch ein Dorf gesucht und jetzt... Ey, ich hab kein Dorf gesucht und hab eins gefunden. So, wo ist ne Schmiede? Sag mir mal an, wo ist die... Ohne Witz und die Hasen sind so bescheuert, ey! Die können... Die springen auch nochmal von der hohen Höhe runter, nur damit sie dir folgen, ey! Die begehen die Hälfte ihrer Herzen Selbstmord, aber egal! Hey, Tom, ich glaub, es möchte mir nur ein großer Hase folgen. Ja, mein Dorf... mein Dorf ist näher dran. Das ist auch schon groß. Es gibt doch immer nur in der Schmiede ne Kiste, also ich mein jetzt immer noch Set 1 8. Oh ne, stimmt, ich muss hier über Wasser, ey! Können die Hasen schwirpen? Ja, klar können die schwirpen. Die beginnen gerade wieder Selbstmord. Sieht eh... sieht eh zwar bestückt... Ja, spring mal ins Wasserrunde. Hallo, los, komm, folgert mir hier mal! Tim, ich snäge mir jetzt einfach auch Karotten. Ich gucke mir dann meine eigene Hase. Ja, Tom, wenn du dir deine eigene... Da hat sich gerade ein Hase selbst umgebracht. Was sag ich, ey? Oh, Schweine folgen mir aus. Da sind Karotten, okay, ich hab Karotten. Vor dem Schwein haben sich meine Hasenherde angeschlossen. Oink, oink, oink. Okay, ich hab Karotten. Gut. Ja, ich glaube, ich versuche auch mein Glück, ne? Tom, hast du denn eine Schmiede? Was? Ne, ich hab keine Schmiede. Also bei mir ist hier keine Schmiede. Also ich bringe übrigens jetzt die Unnützes der Tiere. Nein, die kommen ja da raus! Hast du eins auf die Kühe? Befreit. Tom, bis wohin muss ich nochmal? Die Kühe sind tot. Oh, gut. Ich glaub... Simon, ich bin hier gerade bei den Kühen. 100, 200, 300, das sind genaue Angaben. Ja, ich weiß es nicht. Vermehrt. Oh, Jan, oh. Oh, lässt du ein Paar, Jack? Ja, Jan, oh. Oh, lässt du ein Paar, Jack? Zu zweit mal so ein bisschen paaren, oder was? Jan lässt sie paaren. Bleib da drin, du Creeper. Leil, da ist ein Zombie. Ja, das kommt, ihr mögt doch alle meine Karotten, ne? Ja, ich weiß das doch auch. Die sieht so knusprig und so lecker aus. Mmh. Ihh, deine Karotte. Ich verunreinige gerade die ganze Welt, um eine Schallplatte zu kriegen. Was machst du? Was willst du mit einer Schallplatte? Ich finde erst mal Dias, damit du dir einen Plattenspieler bauen kannst. Ja, ich hab doch schon acht. Das ist das schwerste. Simon, die hast du aber nicht im Inventar, ne? Was? Die Dias? Nein. Ne, okay, gut. Hab ich mit allen... Ah, cool, jetzt hab ich die, wo ich die haben wollte. Ja. Darf ich mir ein Stierschwert machen, ja, ne? Nein, lass das mal. Ah, ich hab auch einen großen dabei. Nein, 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 nein. Kann es sein, dass man wieder kleine Häschen schneller wachsen lassen kann? Weil die strahlen so grüne Partikel aus, wenn ich sie rechts klicke und mit einer Karotte machen kann. Ja. Das ist das Wachstumszeichen. Ja, der Creeper ist wieder drin. Ja, halt, wenn ich sie rechts klicke, ne? Ja. Wird da ne Karotte verbraucht? Ja. Mach die Tee lieber ab, Alter. Ja, Tim, die Grünpartikel kommen ja auch bei Bohnenmehl. Ah, Tee, ich will das lieber am Tag machen. Ja, ja, ja. Welchen Leben hat der noch? Komm her, Creeper. Komm her. Komm, Tami. Scheiße, Motherfucker. Es wird Tag. Da kommt die Spinne. Ja, klar. Die Folge wird genannt, die langweiligste Folge ever. Ich fahre mit Hasen. Ich nenne einfach die langweiligste Schallplattenfolge. Ich schwimme mit Hasen in was mehr. Oh, das ist ja so schwer. Und zwei Schweinen. Und zwei Schweinen. Natürlich die da vorne. Natürlich die da vorne. Sag mal bitte deine Koorts an. Warum? Warum nicht? Oh, der Jan, bist du grad bei eurem Haus? Ja. Nein, 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 nein. Ja, Jan, dann sag mal bitte deine Koorts an. Wieso? Na, weil ich die Koordinaten nicht mehr weiß von unserem Haus und euer Haus ziemlich in der Nähe liegt von unserem Haus. Ach so, okay, ja. Genau das gleiche wollte ich auch von Simon, aber nein. Ähm, 450, 200. Ja. Gut, danke, Jan. 450. Ne Schallplatte. 200? Ist die zweite Koordinate? Ich bin einfach bei 1260. Nein, die, also die dritte. Ich hatte nur Musikdisk. Ja, war ich ja die dritte. Hä, dementsprechend gehe ich ja nicht in die völlig falsche Richtung. Ich bin einfach bei 1260. Erzähl mal, stimmt ja wirklich mit dem Selbstmord. Das schaffen meine auch. Welche Häschen können sich besser selbst morden? Ach, weiß ich. Ich hab jetzt keine Lust hier noch über das Meer, die weiter zu fahren. Ich suche mal einfach da hinten die Häschen. Ich hab welche, ich hab jetzt schon drei. Komm her, Creeper, du, ich hasse euch. Echt, Jan, die zweite ist 200? Die dritte, ja. Ja, die dritte. Boah, ich bin einfach bei 1200. Ich hab ne Musikdisk. Oh, nein, da ist ein Creeper. Alter, fliegen diese scheiß Hasen? Sieht zumindest so aus. Als ob sie fast so am Wegfliegen sind. So wie die, also wie die da rumjumpen, ne? Die übertreiben einfach. Ich hab doch gesagt, die begehen Selbstmord. So, ich muss jetzt... Na, gerade begehen die beim Wickeln Selbstmord. So richtig. Aber haben sie auch schon... Ich trinke kurz was so... Welb... Gott, da schließen sich noch mehr Viecher meiner Herde an. Hey Jana, du bist schon bei eurem Haus, ne? Ja. Weil ich gerade durch die Landschaft laufe, die ich noch gar nicht kenne. So. Okay. Warum muss es eigentlich regnen? Vorhin hat auch erst der Regen aufgewählt. So regnet es schon wieder. Was ist denn das? Kommt! Folgt mir! Das ist Minecraft. Ach ne, Simon. Seit wann haben wir denn eine Kiste drin, Jan? Warum hast du denn eine Kiste reingepackt? Just for fun. Hallo. Simon, just for fun. Was sagst du dazu? Ne, weil das sind meine Sachen, die ich da mit hatte. Ich gecheatet habe. Simon, lass mal gleich Sachen sortieren. Okay. Jetzt sind wir wieder am Start. Sieht man hier, der Hasen. Beziehungsweise, was weiß ich, Kenner. Alter, sieht das aus. Guck mal, Jan. Boah, ich muss einfach noch 900. Ja, will ich dir was zeigen und dann haut der ab. Ja. Sehr cooler Ort, wo du deine, äh, wo du den Braustand hingepackt hast. Ich habe keinen besseren gefunden. Du bist so eine richtige Armee. So. Jan, guck mal. Warte ich screen schon mal. Ey. Okay. Ich habe keinen Koordinaten, den ich dir geschrieben habe. Piu. Sweetheart. Danke. Kommt, folgt mir. Oh Gott. So. Offen will ich noch ein paar Zombies töten, damit man noch ein bisschen was, äh, damit man noch ein paar Level bekommt. Ich mache einen Braustand, ne? Hey, ich habe doch schon einen. Nein. Ich meine, wir haben keinen Obsidian. Natürlich. Ich hatte doch zwei, ah ne, gar nicht. Ne, musst du wohl holen gehen. Wobei, warte, darf ich mal was, ach ne, hol mal. Ja. Aber hatte ich nicht einen Lava-Eimer, Ma? Ich habe hier einen Lava-Eimer gerade rausgekommen. Ja, ich auch. Achso, okay. Boah, Creeper, du warst auf dem Main weit weg von mir. Warum explodierst du denn? Das finde ich aber echt nicht nett. Du hast das Problem wie Simon, wenn er wütend ist. Da ist noch ne Hexe. Ja, sicher. Simon macht auch immer nur so, und dann ist er weg. Ja. Geil. Wird es meine neue Abmoderatung? Boom. Ja. Boom. Ah, ich glaube, ich bin bei eurem Haus, oder? Bei eurem Hausberg. Ne, obwohl ich bin erst bei 500, das kann doch nicht sein. Oh Gott. Bist du behindert? Ach, das geht nicht mehr, schade. Jetzt muss ich wieder neue Viecher suchen, nur weil es regnet. Warte, wer hatte unseren Lava-See weggemacht? Tim. Nein. Ist da gar nichts mehr von Lava-See? Jan? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht geguckt. Wo war denn der? Genau vor unserer Haustür? Nee. Der war... Soll ich Lava... Ich habe doch einen Lava-Eimer. Hast du noch einen? Ja. Ja, damit könnten wir uns zwei machen. Wir bräuchten vier. Jan? Hä? Euer Lava-See ist zur Obsidian gekommen. Hä, wieso brauchen wir vier? Ich dachte, ihr wollt Obsidian-Farm. Wo war denn der Lava-See? Neben meinem Haus. Wenn man in mein Haus reingehen würde, links. Mach mir eine Dierspitzhacke, Jan, ne? Ob ich hier... Willst du auch eine? Ein Haus. Jetzt würde ich laut Jans Angaben eigentlich bei uns sein, und das bin ich auch. Die 15 Minuten sind um und ich bin wieder zu Hause. Woo! Tim, welches Koordinat... Welche Koordinaten? Das ist doch schön. Na tatsächlich so... 330, 275. 330, 275. Schulz. Komm, ich mach dir auch mal eine. Jan. Würde fast eine Home machen, hier. Warte, ich nehm noch auf. Danke. Ja, okay, also dann beende ich... Warte, 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 warte. Ich will noch kurz nach Hause. Oh, es schneit schon wieder. Es schneit? Aber diese Folge wird etwas länger. Oh, es schneit, Simon? Ja, weil wir am Berg wohnen. Hm. Okay. Das Vieh hat sich doch... Ja. Komm. Komm mit. Ich komm kurz zu dir, ne? Komm, ich find das etwas doof, dass du da schon in den Enchantment-Table geklatscht hast. Weil da hätte man ruhig einen Raum reinbauen können, wo man dann noch weiter geradeaus gehen kann, nach links und nach rechts. Nein! Das Vieh hat sich umgebracht! Och, Mann. So, Tim. Okay. So. Tschüss! Und... Tschüss! 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 Ich hab einen Pfeil in der Fresse. Och, Mann, Simon! Ich hab einen Pfeil in der Fresse.